Ich habe 200 Watt verloren. Ich habe nicht die 100 Watt verloren. Das ist die Phrase des Jahres. Alf ist eine gute Stage für dich. Was war die Planung dieses Morgen? Nichts hat wirklich in der G.C. Die Sprinters überlebt. Es war klar, dass es nicht viel zu tun ist. Es war unrealistisch, dass sie zu gewinnen. Sie waren sicher nach Hause. Primoz war in der ersten Gruppe. Das war sehr wichtig für uns. Auf der letzten Klappe gab es ein bisschen eine Gap. Er war mit der Beste. Das bleibt uns sehr optimistisch für die nächsten Tage. Es war ein Test zwischen Primoz und Remco? Ich glaube, es gab viele Tests. Remco gewinnt für die Bonus Sprints. Wir haben es nicht. Aber die Unterschiede ist, dass Remco schon gewinnt. Er gewinnt etwas. Primoz kommt aus der ersten Saison. Das fühlt sich komplett anders. Wir wissen, dass es ein bisschen Zeit dauert. Aber ich denke, dass der Tag in unserem Interesse war. Und das ist der Fall, wie wir es wollten. Danke sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.